Sicherheit ist nichts, worum die Bevölkerung betteln muss, sondern das ist ein Grundrecht. Und so wie die Leute haben wollen, dass es in ihren eigenen vier Wänden sicher zugeht und in ihrem Garten, so wollen sie haben, dass es auch im Bundesland sicher ist. Und das ist was anderes als offene Grenzen und illegale, die zuhauf auch über die grüne Grenze leider auch aus Tschechien und aus der Slowakei in Niederösterreich einsickern. Und ehrlich gesagt, mir steht das bis hierher. Dann dauert dieses Gerede eines Innenministers zu hören, der eh alles dagegen tut und dann schaust, was er wirklich macht und dann kommst du rauf, er bestellt ein paar Drohnen. Ja, wir brauchen diese Vögel nicht abzufotografieren, die da bei uns hereinkommen, sondern wir haben sie abzuhalten. Das ist der Auftrag an einen Innenminister, abzuhalten am Grenzübertritt.